Hallo! Hallo! Tiger Team auf dem Weg nach Aerodrome und ich habe mich schon festgefahren. Da geht ja gut los. Ja, es ist schon vorbei. Ich setze gleich mal Fuchstritt. Wollen wir nicht zu zäh? Achso, doch. Jetzt fahre ich mich wahrscheinlich wieder irgendwo fest. Kann man sich denn mit dem Panzer festfahren? Vor allem mit dem Riesenviech. Ja, bei mir ist halt alles ein bisschen größer. Normalerweise bin ich dann gewöhnt, aber jetzt habe ich mich vertan. Ich habe mich vertan. Fehler wurden gemacht. Ja, so, Charlie, also. Oha, die sind aber flott. Ja, also eigentlich muss man ja festführen da mitten rein. Ne, ne, ich fahre hier nur vor. Ja, ich fahre nach links auf dem Hügel. Kannst du nicht nach links trennen, die Wanne? Oh, Panzer. In der Mitte. Ja. In der Base drinnen. Ja, am Tor. Steht noch am Tor. Denn ich möchte hier so außenrum fahren. Da kommt man hier irgendwie hoch. Tiger ist halt auch super lahm, leider. Das Geile mit dem Krieger, die ist einfach alles egal, wenn dir einer an die Front schießt. Das stimmt. Bring it on. Aber der Turm dreht halt super langsam. Wobei ich habe mittlerweile das Trait, dass mein Turm schneller dreht. Wo schießt der denn? Ich finde das immer so verwirrend, wenn die Leute einfach so in der Gegend rumballern. Weil ich immer denke, der wird da wohl mehr sein. Aber ich glaube, ich habe hier zwei Gunner an Bord. Die finden es einfach geil, auf Sachen zu schießen. Auf Felsen. Easy. So, jetzt aber. Keine Klappe. Panzer bei Alpha, so ein Radpanzer, fährt weg. Du wirst wohl aufhören, mir meinen Gunner zu snipen. So, zwei. Nein. Wir haben ja auch so einen durchgeknallten MG Schützen, der einfach komplett abgurtet. Abgurt, das ist schön, ja. Hinter uns. Was? Wir haben vielleicht nicht viel Schaden genommen. Was ist denn das? Achso, das ist die Flak da hinten. Ja. Oder was auch immer. Kannst leider nicht fehlen. Mann, MG Schütze. Jetzt werde ich gesprengt. Oh, da steht ein Panzer oder sowas. Stand. Stand ein Panzer. Ah nee, sind wir doch da. Ja, dann brauchst du nicht fahren. Ist gut. Auts. An dem Turm, an dem Turm. Großer Turm. Kommt noch ein Radpanzer? Seht ihr? Hat einen gefangen. Der ist zu langsam weg. Fängt sich noch einen. Uh, hat Glück beim dritten. Ah. Baum hängen geblieben. Was ist da? Ist da noch was? Ne. Achso. Boah, rechte Seite von Charlie. Tausend Mann. Ich mach mich mal an Alpha ran. Wobei vorher kann ich auch noch ein bisschen reparieren. Ich hab auch nur noch 5 Schuss, aber hier vorne kann ich ja dann wieder tanken. Wenigstens ist das Kettenlaufwerk wieder heilen, ey. Oh, da ist der ein Flakpanzer, ne? Ja. Ja, rechts ist dann hier nur. Boah, Panzer rechts. Oh, was macht denn dieser Tiger immer? Äh, direkt an der, an der Ecke. Wo kannst du markieren? Gelber Marker. Ah, der ist ja da drin oder irgendwo, okay. Das ist so ein schneller kleiner Panzer. Double Kürbisch ja wieder. Hab ich das denn gemacht? Ich hab hier Trouble. So, aufgeladen. Am Turm, ja, weg. Kurz gucken. Ach Gott, Team. Ja, läuft. Hinten fällt wieder ein Auto hin. Ihr müsst vorsichtig sein. Ich fahr jetzt wieder auf den Hang hoch. Und dann zur Alpha vor. Der kleine Panzer ist down. Rechte Seite. Klingt wie ein Kinderbuch. Ja. Boah, hier oben haben sie sich richtig reingezeckt. Uups. Rechte Seite. Oh, das tat aber ein bisschen weh. Ja, Sniper. 3 Down, entschuldig. Da ist ein Squad gewiped. Das ist super risky. Crashing Assist, sehr schön. Wir haben F verloren, by the way. Aber dafür holen wir jetzt Alpha. Da. Oh, da steht schon der kleine Panzer. Oh, schon mal Track Disabled. Der hat doch gar keine Track. Da hinten noch mal. Da fährt er, ja. Ah, der geht da jetzt aufladen. Da kommt noch einer. Hatten Hits. Ich muss nachlassen. Bam. Der war das, der mich da vorhin so getroffen hat. Er steht schön offen jetzt. Ich kann... Für mich nicht. Für mich steht er genau hinter mir aus. Da ist bloß einer. Warte, du. Ich kann nix machen. Ich muss Muni hier noch füllen. Charlie. Der noch einmal her. Man kriegt's halt was los. Be aware that we have lost objective, Emil. Aber nicht die ganze Zeit frei. Die sind da. Um die Ecke. Um die Ecke. Um die Ecke. 5,6 Mann. Gut, was verloren hier. Bleibt doch stehen. Das ist nicht selbst gesprekend. Scheiße. Ja, das ist wieder der Kleine. Äh. Oh, ist zu dunkel plötzlich? Doch, ne. Oh, lol. Ich muss nicht mehr. Ja, Tiger ist down. Da, der Kleine. Scheiße. Bin ich tatsächlich gekillt. Kleiner Panzer bei Frau immer noch. Ich kann nicht schießen. So, ich komm mal hier bei... Tiger mit raus. Wollen wir hier mal Fuchs drauf nehmen. So, direkt vor uns ist einer. Zwei sogar. Hab einen. Hab zwei. Ich steige aus. Der ist links hier um die Ecke. Der ist da um die Ecke. Uh. Vorsicht, da kommt ne Minigradator von mir. Achso, das macht hier ja nix. Geh mal ran. Der ist direkt hinter mir. Direkt hinter mir. Hab ihn. Jawoll. Ja, hat die auch ne Mine hingelegt. Ich mach die mal weg. Ganz rechts außen. Ich geh mal an die Flagge ran. Dann geht das ja schnell lang. Irgendwo hier oben an dieser Berghang. Da ist er. Ja, das ist ein Sniper auch. Oh, da hat er mich. Ah, Mist. Der Sniper hat mich... Ja, ist egal. Läuft so weit, ja. Ich zieh mich erst mal zurück dann. Yes. Dann brauchst du Reparatur? Dann komm ich als... Nee, nee, nee. Aber es bringt ja nichts, wenn ich mit dem Panzer da... ...hitten in so einem... ...zerklüfteten Gebiet rumrenne. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt meinen Karabiner... ...M1 Karabiner Assignment hab. Ich glaube schon. Ich komm aber trotzdem mal als... ...als Sophorter. Das ist ja geil. Ich hab grad gedacht, ich brauch Arme und Medic. Und dann kommt so ein Supply Drop vom Commander runter. Direkt neben mir. Ich geh jetzt dann doch mal... ...risky oben. Oben dran. Geradeaus, da. Zwischen den Felsen. Hast du ihn gesehen? Ja, ich hab ihn gesehen. Ja, ich, äh... ...kann ich den Felsen. Oh, Sniper nicht. Dann geh mal raus. Mach Druck auf den. Dass er vielleicht auf mich fokussiert ist. Ah, da liegt er. Hab ihn. Nice. Gut. Oh, hier ist gleich der nächste Tiger. Hier ist ja was los. Da ist ja viel zu. Hier, komm. Packt euch was für die Reise ein. Gibt ein paar Bruder Brode. Na unten an der... ...Sandseckbarriere. Nehm grad noch Foxtot ein. Bravo ist massiv unter Schuss. Ja, wir grad nur noch Foxtot nehmen und dann komm mal rüber. Ja, jetzt komm mal. Wie gesagt, ich steig wieder bei dir ein. Ja, da vorne an den... ...hinter den Steinen. Dann steig ich nicht ein, sondern habe hier zu Fuß. Ja, ist tot. Dann steig ich doch ein. Alles klar. Oh, da hinten. Warte, ich dreh mal, dass du in der Wanne schießen kannst. Ja, weil Charlie... Oh, überall blinkt hier die... ...der Abendstern. Hahahaha. Kopfschuss auch noch. Da ist doch noch einer. Ah ne, das ist das eigene. Gut, sonst sehe ich hier in meinem Feuerbereich nix. Aufpassen, da ist Gefahr! Ja. Charlie geht auch für uns da, da hinten. Genau. Da oben auf dem Hügel zwei Stück, siehst du den? Jo. Hab einen. Sniper ganz selten. Ich nehme den Sniper da hinten, ja. Da ist auch noch einer. Wie viele Kugeln da hingeflogen sind. Da ist ein Flak in ihrer Base. Da unten ist auch noch einer, an der Hütte. Da kommt ein kleiner Panzer. So, halb rechts, auf 1 Uhr. Marker. Oh fuck, neben dir. Ah ja, ja, ich seh. Ja, und Panzerfaust ist da auch noch. Da ist irgendwer Suppressed. Impressed und Suppressed. Und da hinten ist auch noch dieser kleine Stackhound wieder. Ich kann bei Gelegenheit dann reparieren. Jetzt ist die Gelegenheit. Uh. Nee. Oah. Mit dem Flak-Pfanzer auf der Map. Ja, geh, geh. Ich steig wieder ein. Oh, genau in dem Moment. Ah. Kleines Scheiß acht mich. Den kriegst du halt da hinten nicht weg. Ja. Aber dann kann ich den jetzt vielleicht zusammen mit dem Pato holen. Denn der stand doch hier irgendwo. Oh. Oh, hinten. Ja. Bei dir. Oh, mein Game schießt. Nein. Oh shit. Manchmal schießt das einfach für 5 Sekunden straight. Ja, aber ich glaube, ich kann nicht holen. Ich flieg dich wieder zusammen. Ich flieg dich wieder zusammen. Ja. Ach, die haben auch F wieder eingenommen. Ja. Uh. Wow. Oh. Was? Der kam aber zügig da an. Wie der Wind. Nicht gewone-shotted und dich dann auch noch. Ich war gerade eingescoppt. Achso, okay. Na dann. Dann will ich nichts gesagt haben. Bäh. Bäh. Ah, okay. Panzer! Mani! Links! 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 Hm. Wir kommen wieder bei Breezer. Da kann ich hier nicht noch jetzt. Wow! Wow! Warum? Scheiße! Timing! Ja. Wie so oft. Ist auch lustig, dass die Map Aerodrome... Ah, nein! Aerodrome heißt, aber es keine Flugzeuge gibt. So, ich versuch das nochmal. Ich stehe die Map auf dem Ende. Sehr gut. Boah! Wie... Boah! Was zu sagen. Hey! Vielleicht die Kugeln fliegen. Also. Ist jetzt Frieden? Da hätt ich noch ein bisschen links. Dann kann ich Foxtrot sehen. Ja, Foxtrot ist durch, glaube ich, ne? Verwandt verloren, ja. Dann reparier ich jetzt mal. Schweiß, Schweiß. Und wieder Nile. Schlag da hinten, ne? Ja, die Nerven. Leute, die auf der Map im Flakkanse aussehen. Die Kontrolle über ihr leben verloren. Ja, aber der war ganz ordentlich Schaden auf einmal. Ich reparier nochmal. Ja, dass einem das Spiel nicht verrät. Dass das so geht. Uh, ich bin da jetzt gerade so geknallt. Aber ich glaube einen Kettenschaden musst du dir selber reparieren, ne? Ah, kann ich nicht so... Unter dir liegt ne... Ne Mine, aber es ist wohl ne eigene, hm? Ja. Hier liegt auch noch eine. Ah, hier ist natürlich Sniper Country. Wo fährst du hin? Muss einmal aufmunitionieren. Hast du noch Platz? Äh... Ja, nur der Schütze oben. Ja, also nein. Quasi nicht. Ja, ne. Dann geh ich mal so an Bravo ran. Jetzt auch hier dieses Bren. LMG voll aufgepumpt. 4 Specialization. Hier kommt Panzer. Uh. Seht euch das an. Gefährlich, oder? Enemy hit 97. Ach, Echo. Ja, hier kommt ein Panzer. Ich steh bei Echo. Echo wird an. Delta wird auch angegriffen. Panzer. Panzer oberhalb von Foxtrot. Manny, was machst du denn? Ja. Du hast doch nichts für den. Lassen Sie mich das? Dann kann ich den... Kann ich den zerminen. Uh. Jetzt kann ich's nicht mehr. Ja. Aber da oben ist leider an den Warnen. Oh, Charlie wird massiv angegriffen. Rechte. Mein Gott. Ja, na. Alle mal zuhören. Verteidigt das Ziel dort. Guck mal, ob ich oben noch... Nee. Kann ich nicht. Uh. Na ja, hier den Kopf hochmachen geht gar nicht. Manny, wie sieht's aus? Kann man da hin, oder bist du... Bist du gesniperd worden? Ja, gesniperd worden. Ja, gesniperd. Ja, hier alleine rumlaufen ist äh... schlimm. Bzw. es funktioniert eigentlich nur als Sniper. Und deshalb mach ich das nicht mehr. Komm auch mit dem Panzer gerade nicht hier halbwegs mal zu dem Punkt, wo ich Spielspaß erfahre. Das ist ein einziges rumgeächze. Ja, aber die Map ist tatsächlich auch nicht so schön jetzt. Aber mir fällt auch grad auf, ich muss der mal... in der Pado, wo ich pingel. Meine Maus ankabeln, weil der Akku leer war. Vielleicht mach ich den mal ab. Da geht's bestimmt gleich besser. So. Guck mal hinten noch. Position. Wo ist der nochmal? Delta. Achso, Delta ist ja direkt hier vorn, oder? Ja. Aoba das Team. Ist das auf den anderen Maps auch so, dass wenn man ne Flagge einnimmt, dass da hier so ne Musik dudelt? In diesem Falle hier so was Arabisches. Weiß es nicht. Ist mir so noch nie aufgefallen. Also fällt mir immer nur hier auf. Gut work. Fuck. An dem Stein da. Pado, rechts. Ja, den grad. Hä? Ich hab hier auch noch jemanden. Plus. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier was? Viele Sniper da hinten. Hup. Ist egal. Glaube ich mir beim MGM schieß. Viele, viele Sniper. Jo. Sechzehn. Nur noch vier Levels. Ah, ich wusste doch, der ist hier drin. Ist einer im Häuschen drin. So, jetzt wird das Kabel abgekabelt. Manni, der ist hier bei mir drin. Hör zu. Super. Danke. Ist die Maus jetzt hoffentlich wieder voll. Haha, steht noch ein Sni daneben. Depressiv, Pado. Ja, steht doch. Äh? Jetzt funktioniert die Maus nicht mehr. Die sind vielleicht doch eingefügt. Wie kann denn jemand zwei Headshots von einem Panzer-MG kriegen und noch leben? Wie funktioniert das? Wir stecken das mal wieder ein. Da bin ich wieder. Okay. 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 Das war ein Versuch wert dann halt in der nächsten Runde. So, mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Das sieht doch alles ganz schön aus. Ja. Jetzt reicht es ja auch hier zu halten. Deshalb halten wir doch jetzt hier einfach. Können wir vielleicht ein bisschen bei Charlie dann Sachen bauen. Uh. Ah, ich baue Charlie ein bisschen. Dann befestige Charlie. Oh, da kommt doch gerade Flammenwerfer rein. Wo? Bei Charlie. Direkt nach vor? Ja, der muss so nah gewesen. Ich habe ihn gekillt. Ah, jetzt hängt das Kabel. Ja, ich habe mich so schnell daran gewöhnt, kein Kabel zu haben. Dass ich direkt mal in meiner Wasserflasche hängen geblieben bin. Ich darf mich jetzt nicht. Ich habe den. Wie heißt das Ding? Wie heißt das Ding? Dingshound. Irgendwas. Staghound. Mit zwei Schuss. Stagged Shelf. Hier außen bei. Fuck. Charlie. Manni. Bin getroffen. Brauche es an die Täter. Da steht mein Sniper. Im Gang ist, ist einer. Eher andere Richtung. Manni. Ah, okay. Da. Genau. Oh. Mit der Panzerfaust. Jetzt klingelt das an der Tür. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Ich bin wieder da. Ich reparier mal, wenn du brauchst. Ja, der Flakpanzer macht da wieder Dress. Wollen wir Alpha auch nehmen? Ne. Okay. Also ich fahr da zumindest nicht rein. Ich reparier mal ein bisschen. Ja, so viele Punkte kommen hier leider beim reparieren gar nicht zusammen. Oh, unten bei Charlie ist ein Panzer. Siehst du den? Ja, ich muss grad den Flakpanzer machen. Oh. Direkt vor dem... Ich seh den auch nicht mehr. Oh, ich seh den auch nicht mehr. Oh, Panzerfaust. Hab ich grad Etiketten bekommen von rechts. Boah, Manni. Ich würde halt den Dressen aufgefahren. Da ist er. Ja, so schnell ist der. Ach. Achter. Achter. Oh, das wird schwer. Schreit er sich an. Der Drecksflakpanzer, wenn das wenigstens beim reparieren richtig Punkte geben würde. Wir haben ihm ein Zufass gegeben. Aber ich krieg das... Ich krieg dich einigermaßen gehalten. Ich hab auch noch kein Reparatur-Assignment gesehen lustigerweise. Und wie haben die das... Jetzt haben sie einfach vergessen, dass es... Vergessen, ne? Ja. Also... Das wird... Wird auch gar nicht erklärt, dass du so reparieren kannst. Das scheint jetzt alles nicht so wichtig zu sein. Anton has been lost. Wie? Anton has been lost? Wirst du ja nicht so viel Anton überhaupt haben. Ja, wir sind da mal kurz reingegangen. Okay. Soll ich mal Delta nehmen? Ja. Dreh dich mal mal nach links, bitte. Dann seh ich nämlich auch was. Ach, der ist scheiß Flakpanzer wieder, ne? Flakpanzer, ne? Flakpanzer. Ja. Wohl eher. War hier oben gleich an die Düne. Er kippt fast um hier, Puntz. Dann gehen wir kurz nach oben. Und zieh ich meinen Kopf wieder ein. Hohohoho. Hinten? Boah, hinten! Was ist denn da los? Da sind alle. Oh ja. Ich hab keine Muni mehr. Oh ne. Ich bin komplett aus. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das Scheiß? Wer lebelt uns denn ein? Ach so. Ich hab auch so den 4 Anstatt 5 gedrückt. Das war jetzt nicht die smarteste Entscheidung. Oh nein. Ich hab neben Roten Fest an Deckung genommen. Oh. Da waren ja so viele und ich hab keine... Ich hab keine einzige Granate mehr, ne? Ich bin völlig hilflos grad. Ich hab hier einen angezündet. Ich kann hier den Panzer 4. Wenn der stehen bleibt, kann ich den reparieren. Der bleibt noch nicht stehen. Oh, der hält auch neben dem Roten Fass. Jetzt guck der gerade. Was ist denn hier los? Ich werd reparieren. Ja, das gibt's halt in dem Spiel. Ist neu. Okay. Aber ich find geil, dass das jetzt nicht da steht. Repariert von... Ja. Oh, hier läuft da einer. Ach so, Echo ist ja auch wieder da und... Ah, hier ist noch einer irgendwo. Einen hab ich. Selter. Ah, ja, ja. Selber Position. Dann auch hier. Hab ich. Hol dich. Okay, verweigst du nicht. Bitteschön. Ohm, äh... Ja, scheiß drauf. Pardo, da kommt einer entgegen, genau. Kann dem hier nur ein bisschen Angst machen. Ach, da unten tatsächlich ein Suppression Assist dafür kriegen. Das ist ja schön. Da würd ich nicht liegen, Pardo, da fliegt alles gerade. Ich bin ja selber ein Brinker. Oh, ja. Die V1. Steht genau oben in die Decke vom Hangar. Das killt aber, glaub ich, bis runter. Also, das ist auch in Rotterdam. Wenn der an der Seite ins Hotel schießt, sterben die drinnen auch. So, ja, das war ja schön. Obwohl wir nicht Top Squad sind und obwohl es eine hässliche Map ist. Aber es ist ja trotzdem ein schönes Spiel. Nächstes Mal dann wieder Top Squad, würd ich sagen. Und jetzt haben wir ja auch schon die schlimmste, in Anführungsstrichen, Map hinter uns. Das heißt, ab jetzt wird's nur noch schöner. Und ihr seid hoffentlich mit dabei. Da sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.